Vom ökonomischen Gebrauch des Bieres Das Bier ist das gelindeste unter allen spirituösen Getränken und wird daher gemeiniglich von vielen als ein gewöhnliches Getränk gebraucht. Man befindet sich, wenn dasselbe gut ist und mäßig genossen wird, wohl dabei, ob man gleich seine gute Wirkungen wegen seiner Verschiedenheit schwer bestimmen kann. Überhaupt aber lässt sich dieses als allgemein sagen, dass das Bier nahhaft sei und fett mache. Man sieht in Bergörtern, dass die Bergleute, welche ihr schönes und wohlgebrautes Bier trinken, groß, fett und munter werden. Linnaeus berichtet, er habe auf den Märkten in Amsterdam einen dreijährigen Knaben gesehen, den man um Geld gezeiget. Seine Mutter habe ihn den kleinen Kajanus genannt und vorgegeben, dass Kajanus, der in Schweden durchgängig und vorzüglich der lange Finne genannt wurde, Vater zu ihrem Kinde wäre, obwohl Kajanus vielleicht diese Frau nie gesehen hatte. Dieser dreijährige Junge war so ungeheuer fett, dass er nicht anders als mit ausgesperrten Füßen stehen konnte. Die Mutter wog ihn vor allen, die ihn zu sehen bekamen, da er denn genau sieben Lispfund holländisch Gewicht hielt. Diese ungewöhnliche Fettigkeit hat er bloß vom süßen Biere erhalten, denn da die Mutter weder selbst Milch gehabt hatte, noch vom Vieh dergleichen hatte haben können, hatte sie ihn mit Bier gestillet und der Becher stand beständig bereit, woraus er oft und nicht wenig auf einmal trank. Einige von den Weißbieren kühlen, machen Fett, treiben den Urin, eröffnen bei einigen den Leib und einige von denselben bewahren vor dem Nieren- und Blasenstein und vor der Gicht, da hingegen andere die Erzeugung derselben befördern. Sie sind aber nicht alle kühlend, sondern einige Arten derselben sind auch erhitzend und machen Wallungen. Die braunen Biere nähren ebenfalls, aber sie erhitzen das Blut mehr als die Weißen. Sie stärken den Magen und die Eingeweide, ja den ganzen Körper. Aber sie sind weniger urintreibend. Man kann also überhaupt sagen, dass das Bier, mäßig getrunken, ein sehr gutes und nützliches Getränk sei. Ganz anders hingegen verhält es sich, wenn dasselbe beständig oder oft und in großer Menge genossen wird. Die Erfahrung lehret, dass es auf diese Weise gebraucht sehr oft Schaden tue. Die Weißen erzeugen Blähungen und einen dicken zähen Schleim im Magen, welcher sich in den Schlund, die Luftröhre und die Lungen fortpflanzet. Auch erhitzen sie, wenn sie häufig genossen werden, sehr, da sie im Magen einen Schleim erzeugen, so bringen sie diesen Fehler auch im Blute hervor und daraus entstehen Engbrüstigkeit, schweres Atemholen, beschwerlicher Husten und Verstopfungen der Eingeweide, welche gemeiniglich unzertrennliche Gefährten verschleimter Säfte sind. Die braunen Biere erhitzen, wenn sie in großer Menge getrunken werden, das Blut heftig. Sie machen gemeiniglich den Kopf schwer und sind bei Personen, welche mit Hypochondrie oder der goldenen Ader behaftet sind oder eine sehr hitzige Lebensart führen, dem Magen beschwerlich. Starke Biere, dergleichen die auf Flaschen gezogenen und die sogenannten Doppelbiere sind, nehmen mit der Stärke auch an Schädlichkeit zu. Und ebenso verhält es sich, wenn das Bier nicht gut gekocht ist, mit zu viel Hopfen versehen worden und nicht gut abgegoren ist. Man sieht hieraus täglich viel Krankheiten entstehen. Denn man findet oft, dass das Bier bei Personen, welche es nicht gewohnt sind oder, wenn es einige von den zuvor angeführten Fehlern hat, Bauchgrimmen, Blähungen, Schwäche des Magens, Durchfälle, Gichtschmerzen, die Hypochondrie, schleimigten Husten, Schwindel, Schwere und Dummheit des Kopfes, Dicke und Schärfe der Säfte, Nieren und Blasensteine und Verstopfungen der Eingeweide erzeuge. Der vom Bier entstandene Rausch macht dumm, den Kopf schwer und düster, erregt Übelkeit und Brechen und lässt eine große Mattigkeit der Glieder zurück. Wenn man ein gewöhnliches Getränk gebraucht, ist allen denjenigen zu empfehlen, welche nicht allzu reizbare Fasern haben, welche nicht zu sehr der Erzeugung der Säure unterworfen sind oder von Blähungen geplagt werden, wie auch denenjenigen, die einen schwachen Magen haben. Ebenso gut ist es für Personen, welche einen magern und sehr trockenen Körper haben. Diejenigen müssen mit dem Gebrauch des Bieres etwas mäßig sein, welche ein sehr hitziges, flüchtiges und deswegen zu Wallungen sehr geneigtes Blut haben oder deren Magen sehr leicht Säure erzeuget. Hierher gehören ebenfalls die der Hypochondrie und dem goldenen Aderflüsse unterworfenen Personen.